Ich kann hier zu sagen, ich freue mich mal wieder in der Heimat zu sein und wie die Waldecker sind, verlässlich, habe ich mein Wort gehalten. Wir haben heute eine halbe Million in die Region gebracht, um 42 Gewerbestandorte ans Glasfaser anzuschließen, denn ich möchte, dass diese Region zur Zukunftsregion wird, denn der ländliche Raum ist der Ermöglichungsraum der Zukunft, gerade im Digitalen. Ich sage vielen Dank, wir können das Geld gut gebrauchen, ich denke es ist gut investiert hier oben in die ehemalige Kaserne, die wir zu einem doch mittlerweile attraktiven Gewerbe- und Industriestandort umfunktioniert haben und auch unsere hier angesiedelten Firmen freuen sich sehr darüber, dass sie demnächst auch wirklich schnell im Internet sind und bestens versorgt werden. Vielen Dank!